hi und willkommen zurück zu furios let's play assassin's creed episode 9 und wie es der zuvor so will gab es ein update letztes mal hatten wir gesagt wir machen mal die helden aufträge aber brauchen wir gar nicht mehr und zwar wir haben ein neues kapitel freigeschaltet bekommen und zwar vorliebe blutrote dämmerung ja dann gucken wir uns mal die aufträge dort an eine unerwartete einberufung aber ich habe im hintergrund ein paar aufträge gespielt sind jetzt stufe 13 und ja wir beginnen mit stufe 11 dann gucken wir mal also eine unerwartete einberufung haupt ziel treffen sie nicolo machiavelli und eskortieren sie ihn zu seinem spion die herausforderung ist töten sie die drei wachen die die ziele wisten schikanieren nur dann ja wie immer nehmen wir uns einen kollegen mit die beiden berserker da oben sehen am kräftigsten aus dann nehmen wir mal otavio taranto der umzuge vorliege als dass es ihnen ein brief hält er war von nicolo der den assassin um ein treffen bat bei dem es wichtige dinge zu besprechen gab wichtige dinge treffen sie nicolo erwartet auf sie wir erinnern uns an die herausforderung wir sollen ja die wachen ja der schikaniert doch hier oder das doch ganz eindeutig schikane schurke verzeihung ich habe sich verwechselt ja da wird mir applaudiert so wünsche ich mir das genau und dacht und tag so noch weg ah ja ok da war ich jetzt zu nah dran ich hätte sonst geguckt ob ich noch irgendwo was machen kann er möchte das team folgen um den spion zu treffen da bist du schnell kann ich gar nicht nicolo was ist hier los hier diese mann haben wir gemacht dass er nicht gestört wird das tun wir doch mal so der hat sich dann schon so und der auch so damit haben wir wohl die störungen beseitigt das ging schnell das ging schlott schützen sie das gebiet das mache ich zwischendrin helfe ich diesem kleinen armen bürger herr bürger gibt es ein problem nicht mehr so schützen sie das gebiet ich schütze ja was ich kann ich höre gar nicht mehr auf mit mir schützen was jetzt naja guck mal ein hinterhalt der krähen halten sie die wache halten sie wache es könnte noch weiter in der nähe sein ok krähen 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 sollte man das adlerauge einschalten adlerage adler uge da haben wir sie taha schurke so ja die wachen sind alarmiert deine mutter ist alarmiert ich wurde entdeckt oh mein gott ich bin kein assassiner mehr nütz ja leider so jetzt machen gehen wir in den busch blederkirch die sind weitere im ambasch oh mein gott ich bin jetzt anonym guck mal so sollen sie nur kommen die krähen komme ich aus meinem versteck raus und dann du 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 credo na guck mal da kommen sie schon hallo guten tag ja hallo guten tag ja das bin dann wohl ich nummer eins nummer zwei naja schade da sind wir schneller vorgeschaut ah immer der dann weißt du immer der dicke hier verdammt jetzt da haben wir sie so einmal zweimal ach du das war absicht oder so besser und jetzt beschützen sie nikolo ok was mache ich die ganze zeit hier däumchen drehen oder was meint ihr meinen ja uns fehlt noch eine wache ne also eine müssen wir noch hier nennen wir es mal beseitigen ich tippe mal drauf dass die dahinten kommt genau so da ist auch schon jetzt bin ich wieder anonym sehr gut so eine wache du nix schikanieren arme bürger so damit müsste ich eigentlich die herausforderung geledigt haben und jetzt holen wir uns die hier so hä 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 verarscht so verzeihung todesstoß was was soll ich denn machen was soll ich arme assassine denn machen wenn man hier angegriffen wird am helllichten tag behelligt von der staatsmacht was soll man denn machen was soll man denn machen was kann mir das irgendeiner sagen ach guck an fertig ja schicke schultern schicke schultern zum animus zurückkehren hihi die krähen die der vernichtung rum entkommen waren suchen in folie unter schlupf aber was hatten sie vor es lagen nun amassassinen ihre pläne auszukundschaften ja haben wir gemacht äh ja kodex einträge genau was gibt es für amassassinen hm 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 drehen wir noch nicht dran mist haben wir noch was schönes zusammengeschnuppert schnuppert hier was ist mit ihr her nee hm ja gut ich bin Berserker ich brauche Stärke aber der Rest geht da so echt in die Knie nö 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 was schon krampack ne das Vogelnest das Vogelnest Stufe 12 äh jetzt geht's steil weg auf finden sie die Krähe und folgen sie ihr zu ihrem Versteck Herausforderung identifizieren sie Katharinas Markt um sie zu warnen ok Gucken wir mal aha ich bekomme eine Schattenklinge ja Raffaele Vava nach dem Hinterhalt betrat der Assassin eins zwei rot nach dem Hinterhalt betrat der Assassine die Stadt um die übrigen Krähen aufzuspüren während sich Niccolo mit Katharina Sforza traf der Gräfin von Forli hm Bleiben sie unerdeckt sie müssen sie alle finden alle Krähen alle Krähen alle Krähen alle Krähen finden auuuu klage ja das könnte interessant werden ne hier mit Krähen finden und so eieieiei das da oben sind jetzt Wachen ne ganz klassisch das auch ich gebe mal eine Station Höhe hopp 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 und wenn dick bleiben ist echt hart wahrscheinlich muss ich da in dieses Gebiet das hatten wir ja schon mal da so mit grünen Gebieten ha oh eigentlich hatte ich ja eigentlich hatte ich ja ihr habt das gesehen ne eigentlich hatte ich gedrückt ja ist ja gut nochmal versuchen so kann ich da rumzappeln hier kurz was trinken mir verzeiht geht gleich weiter so jetzt hat wir wissen ja wo wir hin müssen wir wissen wo wir hin müssen diesmal machen wir es etwas bedeckter sobald der entdeckt wird checkt das schau mal schau mal ihr habt doch gesehen dass ich die ganze Zeit gedrückt habe ich habe so den Eindruck dass das Spiel das nicht will sondern dass ich mir irgendwie einen Heuhaufen oder irgendwas suchen muss guck mal guck mal das ist schon ärgerlich aber wir wissen zumindest schon mal wo wir einen finden so mal einen gefunden haben na geh Deppel Brutel Entschuldigung Bezahlung so so aha ist natürlich die Frage macht der jetzt eine Runde oder oder dann könnte ich mich hier auf die Bank gucken die pflanzen wieder in den Heuhaufen rein könnte auch schon irgendwie was bringen schau mal na da wo bist du hm naja könnte klappen oder schauen wir mal ne klappt nicht hm hat auch nicht geklappt also das ist jetzt wieder ein Level an dem kann ich mich wieder aufhängen wahrscheinlich hm hm ja ist nicht ist nicht ohne ist dann halt also die Ecke hier die hat es ihm angetan oder so gucken wir mal weiter also wir wissen ja dass er da lang gehen wird sobald wir ihn entdecken also macht es der Armin wieso würde ich ihn jetzt das Spiel macht mich wahnsinnig das Spiel macht mich wahnsinnig wahnsinnig hm hm das ist komisch oder irgendwas an dem kapier ich noch nicht so also du bist unser Objekt dann springen wir dich mal aus deinem Loch ah ich hab die Krähe ach die Krähe ich geh mal davon aus dass ich mehrere Krähen mir organisieren muss jetzt verziehen sich die Wachen sehr gut er unterhält sich dabei mit den anderen ich geh aber mal hier in diese dunkle Gasse hm hm was kann ich denn noch machen muss ich ihm einfach nur auf den Fersen bleiben gib mir doch mal einen Tipp Herrschaftszeiten hm was macht der Bub noch falsch also wir wissen das ist die Krähe das ist unglaublich oder entweder bin ich ein Depp oder bin ein Depp wahrscheinlich bin ein Depp so jetzt machen wir es nochmal ganz anders jetzt gehen wir ihm so lange hinterher bis wir denken dass wir die Chance haben dann verbaseln wir es nochmal und im Anschluss töten wir ihn so und zwar dazu drücken wir uns jetzt in diesen Heuhaufen weil damit bleiben wir nämlich in seiner Nähe und unentdeckt was hatten sie schon ich krieg immer so ein kribbeln im Nacken wenn es auf einmal pfeift mach dieses pfeifen nicht dieses soo jetzt geh du hübsch oh oh die gucken schon so streng bin gar nicht da was wollten die überhaupt was wollten die überhaupt soo es könnte sich um die verdeckten Krähen aha soo zentifizieren sie andere Krähen bleiben sie unentdeckt machen wir ich bleibe äh unentdeckt ha aber das ist der den wir schon kennen oder ne eine haben wir ok eine ah ja und dann ist der grüne Bereich auch weg ah ja ah jetzt kommen wir dem Sinn des Spiels langsam dahinter und zwar ich muss hier nicht irgendwie großartig Krähen ein meucheln sondern ich muss hier nur entdecken guck mal ist ja klar definiert entdecken sie ne oh hi äh sorry ich äh aha und jetzt müssen sterben müssen sterben diese Krähen diese jetzt und jetzt kann ich nämlich auch meinen Zaubertrick machen so na wenn das nicht einfach war nochmal kurze oh ne da oben ist eine Wache haha ne ne Entschuldigung ich äh komm nicht von hier ich kenn mich ja nicht aus ist alles immer so ein bisschen schwierig für mich wo lauft die denn hin so grüß dich na na genug sehr gut Entschuldigung Verzeihung das war jetzt äh fragen sie mich nicht ich äh komm nicht von hier ne Entschuldigung ich muss doch noch die eine da irgendwie finden woran erkenne ich die denn auch oh hallo ah der geht an denen vorbei cool 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 ah super komm schon komm schon geh weg da komm das war mal ab oder oh das wollte ich schon immer mal machen das wollte ich schon immer mal machen da freut er sich hallo so ich äh keine ahnung also ich äh also das wird toll das geht ganz bestimmt das geht ganz bestimmt ich bin mir ganz sicher hi na du ah zahl guck mal oh macht dann knicks so jetzt bin ich noch irgendwie zu nem taubenschlag aber ich soll ja noch irgendjemanden finden so für diese nebenquest geschichte aber wo ist die da ist doch kein mensch die markt muss ich identifizieren aber ne meh bist du ne markt ist hier ne markt das sind wachen scheiße wo ist denn hier ne markt bist du die markt da ist was ha gefunden ja cool dann äh danke fürs gespräch und so keine ahnung äh verschrichtung macht ja nix wir müssen jetzt zu diesem taubenschlag kommen da gibt es doch diese eine quergasse oder die hier hallo ich äh bin nicht von hier könnte es dir eine lache ah, ha 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 Hallo. Oh, 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 mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Was ist denn jetzt? Jetzt zieht man die Kontrolle wieder, oder? Ich krieg die Krise. Warten wir mal, ich mach mal kurz die Kontrolle aus. So, Kontrolle wieder an. Meine Herren. Na, haben wir es? Haben wir es? Haben wir es jetzt? So. Danke. Äh, zurück, zurück, zurück. Zurück, ja. Was macht er denn jetzt? Haben wir es jetzt? Und du? Fertig. War doch gut. Die letzten Kriegen wurden besiegt, doch der Krieg war noch lange nicht gewonnen, da die Borgia ihre Präsenz in Forli zu verstärken begann. Nachdem wir die Wachen der Sforza informiert hatten, machte sich das Sessene auf den Weg zu Niccolo. Probieren sie neue Fähigkeiten aus. Fähigkeiten sind sie ja nicht, sie können mir immer eine Mission helfen. Mögen wir mal und verziehen sie Fähigkeitenpunkte. Ah, nehm, Fähigkeitenpunkte. Ja, da habe ich auch schon ein bisschen investiert, ne? Ähm, blü, 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 blü. Aber... Ja, genau. Hat doch gar keine Fähigkeitenpunkte. Was will der denn? So. In den Tag gibt es neue Stahlifel. Ganz kurz scrollen, Moment. Das geht nämlich mit dem Ding hier nicht. Ja, die rüsten wir aus. Aber würde ich sagen, persische Kettenstiefel. Die bringen es. Was ist das hier? Oh, auch schick. Ausrüstung. Ja, übrigens, ich habe hier so eine Gewandung. Die Klassenmontur Löwenherz. Die kann man auch ablegen. Dann sieht man halt aus, wie man aussieht letztlich. Aber ich fand die ganz schick. Deswegen hätte ich die gerne wieder. Ach, so ist das. So. Äh, ja. Komm, pack, ne? ! Ich holee sie. Ja, ich sei. Du wißt du senst wieder. Ich holee. Bis zum nächsten Mal.